Was ist Krankheit? Lasst uns erstmal fragen, was ist Krankheit? Was sind die Ursachen von Krankheit? Also was ist Krankheit? Ja, ich denke, das verstehen wir alle. Krankheit ist eine Störung in unserem Körper oder in unserem Geist. Es ist ein Zustand des Unwohlseins, der Störung. Auf Englisch disease, dis-ease, Unwohlsein, eine Disharmonie. Das ist Krankheit. Und was verursacht jetzt, was sind die Ursachen von solchen Störungen, von Krankheit? Und in der Yoga-Therapie unterscheiden wir von hauptsächlich zwei Ursachen, zwei Hauptursachen. Ganz grob gesagt. Die eine sind die physischen Faktoren. Wenn wir durch physische Faktoren krank werden, zum Beispiel durch Unfälle oder durch Gifte, wenn wir giftige Nahrung zu uns nehmen oder wenn wir von einem giftigen Insekt gestochen werden. Das sind physische Faktoren. Oder wenn Organe schwach werden, aufgrund von ihrem physischen Älterwerden. Das sind physische Faktoren. Und dann gibt es psychische Faktoren, die Störungen, die Krankheit verursachen. Und das sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken erzeugen Störungen. Psychische Störungen und dann auch physische Störungen. Wenn jemand ständig bestimmte Gedanken hat, negative, aggressive Gedanken, dann wisst ihr das ja. Dann wirkt sich das direkt auf den Körper aus. Auf die Hormone, auf die Biochemie in dem Körper. Und so führt zu Disharmonie, zu Störungen auch im Körper. Und das sind Gedanken und auch Prägungen. Das heißt alte Gedanken, Gedankenmuster. Alte Glaubenssätze. Prägungen. Und Prägungen können von der Vergangenheit sein. Natürlich sind sie von der Vergangenheit. Also Gedankenmuster, Prägungen, die sich in unser Unterbewusstsein eingenistet haben. Und diese Prägungen reichen zurück bis zu unserer Geburt. Und auch bis vor unserer Geburt. Also selbst Dinge, Erlebnisse, die wir haben vor unserer Geburt. In der Gebärmutter. Physische wie auch psychische Erfahrungen. Wirken wirken sich später auf unsere Gesundheit aus. Und im Yoga sagen wir, dass es noch ältere Prägungen gibt. Und diese Prägungen kommen zu uns in unser Leben durch bestimmte Anlagen, mit denen wir geboren sind. Und so das sind die Hauptfaktoren, die zu Störungen und die zu Krankheiten führen. Das sind die Ursachen davon. Und jetzt, was ist Heilung? Ja, Heilung ist der Vorgang vom Unwohlsein zum Wohlsein. Von, wenn wir wieder das englische Wort nehmen, von disease zu ease. Von dem Zustand des Gestörtseins, der Disharmonie, hin zu dem Zustand der Harmonie. Dieser Vorgang, den nenne ich Heilung. Und hier gibt es auch wieder zwei Hauptfaktoren. Das ist der körperliche, der physische Faktor und der geistige Faktor. Die Gedanken, die Gedanken, die du hast. Und beide Faktoren spielen eine Rolle. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der ganzheitlichen Yoga-Therapie. Dass wir nicht sagen, hauptsächlich die körperlichen, physischen Faktoren zu behandeln. Und es gibt auch andere Ansätze, die sagen, vergesst das Körperliche. Das hat alles eh psychische Gründe. Letztendlich hat jede Krankheit einen psychischen Grund. Und lasst uns die psychischen Faktoren, uns darauf konzentrieren. Beide Faktoren spielen eine Rolle in unserem Leben. Und das ist das Schöne bei der Yoga-Therapie. Sie ist ganzheitlich. Manchmal werde ich gefragt, was sind so die großen Unterschiede, zum Beispiel zwischen Yoga, der Yoga-Philosophie und der Yoga-Lebensweise und dem Buddhismus. Das ist ein Aspekt des Yogas, der halt besonders ausgeprägt ist. Das Verständnis, die Erkenntnis über unseren Körper. Wie unser Körper funktioniert. Und wie wir unseren Körper gesund halten. Das heißt, die Yoga-Übungen, die Asanas, die sind schon etwas Besonderes im Yoga. Und auch die Yoga-Ernährung. Das sind Sachen, die besonders, die einzigartig sind. Die auch die Ganzheitlichkeit des Yogas und dieser Yoga-Therapie ausmachen. Letztendlich, allerdings, möchte ich sagen, dass für den Zustand des Wohlbefindens, sich wohl befinden, welcher Aspekt ist da wichtiger? Ich denke, da können wir alle sagen, natürlich der geistige Aspekt, der psychische Aspekt. Selbst wenn jemand körperlich sich wohlfühlt, aber psychisch total gestört ist, dann leidet diese Person. Sie fühlt sich sehr, sehr unwohl. Selbst wenn der Körper so weit gut funktioniert. Aber psychisch total gestört ist, dann leidet die Person. Weil das Leiden spielt sich auf der psychischen Ebene ab. Wohingegen, wenn eine Person in ihrer wahren Natur verweilt und sich wohlfühlt, wohlfühlt in ihrem Sein, dann ist das ein Zustand des Wohlbefindens. Vielleicht kennst du einen indischen Jogi, Heiligen. Sein Name war Ramana Maharshi. Es war ein Jogi, der in Südindien gelebt hat und der in diesem Zustand verweilte. Er war nach seinen eigenen Aussagen und so war es auch permanent in dem Zustand der völligen Verbundenheit mit seinem wahren Selbst, mit seinem reinen Bewusstsein und somit beständig in einem Zustand des Glücks, der Glückseligkeit. Und 1949, also im letzten Lebensjahr seines Lebens, wurde ein Tumor in seinem Körper entdeckt. Also er hatte Krebs. Und dann ein Jahr später, 1950, ist er verstorben. Er hatte Krebs. Und natürlich bedeutet das bestimmte körperliche Erfahrungen. Und gleichzeitig, liebe Schwester, lieber Bruder, war er beständig in einem Zustand des Wohlbefindens. der Zufriedenheit, der Harmonie. Er war sozusagen in einem geistig geheilten Zustand, in einem gesunden Zustand. Natürlich haben seine Schüler versucht, auch seinen Körper zu heilen und so weiter. Er hat sich Operationen unterzogen und so weiter. Letztendlich haben die nicht geholfen und so ist er dann verstorben. Aber er war immer in einem Zustand des Wohlbefindens. Und das möchte ich hier betonen, weil das bedeutet, die geistige Komponente ist ausschlaggebend für unser Wohlbefinden. Und dennoch gleichzeitig können wir körperliche Dinge tun, körperliche Therapien tun, um Störungen in unserem Körper zu beheben und zu beseitigen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,